Märchen der Zukunft Nummer 29 Es war einmal ein junger Krieger namens Liam, der in einem fernen Land lebte. Liam war sehr mutig und hatte schon viele Kämpfe gewonnen. Eines Tages bekam er den Auftrag, einen bösen Ritter zu bekämpfen, der das Land terrorisierte. Liam zog los und machte sich auf den Weg zu dem Schloss, in dem der Ritter hauste. Er packte sein Schwert und seinen Schild und marschierte entschlossen voran. Als er das Schloss erreichte, sah er den Ritter, der ihn mit seinen bösen Augen anstarrte. Liam zögerte keine Sekunde und stürmte auf den Ritter zu. Er schwang sein Schwert und stieß es dem Ritter ins Herz. Der Ritter schrie vor Schmerz und sank zu Boden. Liam hatte ihn besiegt. Erleichtert atmete Liam auf und kehrte triumphierend in sein Land zurück. Der König empfing ihn mit offenen Armen und lobte ihn für seine Tapferkeit. Liam wurde zum Ritter geschlagen und bekam vom König ein besonders edles weißes Pferd als Belohnung. Das Pferd sah ihn mit seinen sanften Augen an und Liam hatte sofort das Gefühl, dass es ihm etwas mitteilen wollte. Er trat näher und das Pferd begann, mit ihm zu sprechen. Das Pferd sagte zu Liam. Ich bin ein magisches Pferd und kann dir helfen, deine Träume zu verwirklichen. Liam war verblüfft und fragte das Pferd, wie es das anstellen würde. Das Pferd antwortete ihm. Ich kann dir die Macht geben, überall hinzureisen und alles zu erreichen, was du dir vorstellen kannst. Liam war begeistert und nahm das Angebot des Pferdes an. Von diesem Tag an reiste er viel und erlebte viele aufregende Abenteuer. Er wurde berühmt und bewundert und lebte glücklich und zufrieden bis ans Ende seiner Tage. Im Text unter diesem Video findest du eine Auflistung aller unserer Märchen, die bereits veröffentlicht wurden. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.